die dhv news vom 5 november 2021 bringt die ampel am montag auf grün cannabis in apotheken herzlich willkommen bei den dhv news heute nur eine ganz kurze kleine vorbemerkung wer wieder mal bock hat auf ein langes gemütliches georg wurde laber video es gibt wieder so eins und zwar vom roman von sucht und ordnung der bei uns im büro und wir haben uns hier über eine stunde nett unterhalten über dies und das und über legalisierungs aktivismus und was ich so gemacht habe bisher ja wer davon noch nicht genug hat kann das sich auch geben sozusagen und auch einen eindruck von von roman kriegen vielleicht sonst ein bisschen seinem kanal rum stöbern paar interessante sachen dabei so aber jetzt zum großen thema der woche dieser woche dieser nachrichten die nachrichtenagentur dts hat den zeitplan für die verhandlungen der ampelkoalition der arbeitsgruppe gesundheit auf twitter veröffentlicht ja ich weiß nicht ob die offiziell das bekommen haben ich schätze eher geleakt weil das die einzige quelle dafür war sonst hätten ja auch andere das auch verbreitet irgendwie scheint die geheimhaltung da ein ganz kleines löchelchen bekommen zu haben wir wissen auf jeden fall jetzt wann und wo über die legalisierung von cannabis diskutiert wird innerhalb dieser ganzen koalitionsverhandlungen und zwar schon am kommenden montag am 8 11 im willibrandhaus in berlin die spd bundeszentrale und das wird der entscheidende showdown also die wollen ja dann schon die fachbesprechungen bald beenden es gibt da im gesundheitsbereich noch zwei folge termine für die klärung noch offener fragen es könnte also auch sein dass das cannabis thema dann noch mal rübergezogen wird aber diese termine sind die nächsten zwei tage dienstag und mittwoch und mittwoch ist die endredaktion und bis dahin ist die sache entweder auf fachlicher ebene erledigt die haben sich geeinigt dann auch mit großer wahrscheinlichkeit dass das auch so durchgeht im koalitionsvertrag oder sie einigen sich eben nicht dann müssen die ober wichtigen leute am ende dann noch mal die die probleme zusammenkratzen und sich irgendwie einigen und da noch ein bisschen gezerre veranstalten bis bis alles weg ist an ungeklärten fragen aber es kann eben auch sein dass am mittwoch der sack zu ist und dann klar ist was der ampel da macht auch wenn wir das ergebnis vielleicht erst mal gar nicht erfahren also wir wollen noch mal keinen impuls setzen jetzt jetzt oder nie ja ist noch mal wichtig und zwar einerseits auf twitter da wollen wir noch einmal als cannabis zum trenden bringen hat ja so schön geklappt die letzten wochen und zwar mit dem hashtag legalisierung jetzt und zwar nicht jetzt schon anfangen ja damit also jetzt stopp jetzt nicht sofort los twittern mit legalisierung jetzt sondern wir fangen damit an am sonntag 20 nach 4 nachmittags 16 20 bis montag 16 20 24 stunden lang bitte einmal trenden legalisierung jetzt und wir haben noch eine demo die angemeldet ist direkt zu dieser zeit der verhandlungen vor dem willi brandhaus angemeldet hat steffen geier bekannt von der hanfparade und zwar soll es losgehen am montag ab 13 uhr ich werde auch mit ein paar kollegen vom hanfverband vor ort sein und das wird jetzt nicht so riesen demo wie die hanfparade zum beispiel aber wer sich vor der arbeit loseisen kann oder sonst irgendwie zeit hat und in der nähe wohnt ja möge doch irgendwie sich den termin frei halten montag nachmittag ab 13 uhr paar stunden werden wir wohl da sein vom willi brandhaus offiziell angemeldet ist bis 18 uhr kann sein dass ein bisschen früher zu ende ist aber bis 16 ist garantiert sind wir noch da ja und also kommt vorbei lasst uns viele sein die da noch mal letztes mal den verhandlern zum fenster hochwinken ja mit dem handblatt ja bringt was mit pappschild oder so damit man auch weiß warum ihr jetzt eigentlich da seid wir haben vom handverband übrigens auch noch mal eine mail geschrieben an alle verhandler also auch noch mal erwähnt hier wir haben denen im vorfeld also auch noch mal die dringende bitte ans herz gelegt doch jetzt nägel mit köpfen zu machen und es geht natürlich letztendlich darum um die frage wird cannabis jetzt dass sich legalisiert sofort im prinzip fest geschrieben das wird natürlich eine weile dauern bis jetzt wirklich die shops eröffnen das gesetz muss jetzt noch diskutiert werden aber schreiben die den koalitionsvertrag rein wir legalisieren cannabis oder schreiben die den koalitionsvertrag rein wir machen modellprojekte zur cannabis abgabe das ist ein riesen unterschied und auch für 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 viele konsumenten wirklich relevant ja manche denken ja gut bin ich halt im modellprojekt und nicht im fachgeschäft aber diese modellprojekte sind sehr wahrscheinlich begrenzt sehr begrenzt auf wenige städte und in diesen städten auf wenige teilnehmer da werden sehr wahrscheinlich nur ein paar tausend leute sein die daran teilnehmen können die dann irgendwann die gelegenheit dazu haben legalen bezug von cannabis zu kriegen das wird jahrelang dauern und im grunde wird sich dadurch die legalisierung verzögern wenn sich grüne und fdp nicht durchsetzen das einfach zu überspringen und halt schnell zu machen und in dieser legislaturperate fertig zu werden mit dem gesetz mit den lizenzen das dann eben auch shops eröffnen können möglichst noch vor der nächsten bundestagswahl das ist also entscheidender unterschied und warum müssen wir jetzt noch mal trommeln dafür ja man könnte ja sagen gut ist zwei zu eins da bei den verhandlungen ja sollen sich halt durchsetzen sollen legalisierung gut ist aber man darf eben auch die widerstände nicht unterschätzen das ging ja schon los nachdem jetzt klar wurde in den medien das ernsthaft über die legalisierung diskutiert wird das jetzt wirklich passieren kann das kommen kann ja da kam dann ja auch die ganzen gegner alle irgendwie hervor und haben sich gemeldet und sind zitiert worden wie verrückt zumal die medien ja jetzt auch nichts zu tun haben solange die da so schön still halten und geheim halten bei den verhandlungen über müssen die ja schreiben ja und dann machen seit cannabis rauf und runter und die gegner werden dann halt auch häufig zitiert polizeigewerkschaften hatte ich schon erwähnt hier gdp und depolg die heftigst wettern gegen die legalisierung da kam immer der einwand ja aber der bund deutscher kriminalbeamter der ist jetzt für die legalisierung stimmt nicht ganz ja eigentlich haben die ihre alte position nach wie vor nämlich entkriminalisierung der konsumenten aber es war jetzt auch die rede von modellprojekten die befürwortet werden das wäre also jetzt hier bei unseren verhandlungen eigentlich auch immer noch eher die gegenseite ja also modellprojekte kommen ja sowieso auf jeden fall ja auch wenn die total einknicken jetzt da grün und fdp dann setzt sich die spd durch und sagt wir machen jetzt modellprojekte das wollen wir ja gar nicht haben wir wollen richtig legalisieren und da ist auch der bund deutscher kriminalbeamter nicht auf unserer seite muss man schon klar so sagen insbesondere auch interessant der letzte vorsitzende des bundes deutscher kriminalbeamter sebastian fiedler ist jetzt für die spd im bundestag der ist jetzt abgeordneter und hat sich auch in der funktion jetzt wieder gemeldet zu wort gemeldet zu dem thema für modellprojekte und nicht für eine vollständige legalisierung dann waren die ärzte am start ja ganz viele ärzte in so eine psychiater haben sich gemeldet da gehe ich jetzt einfach mal so einen kleinen ritt durch die schlagzeilen im ärzteblatt zum beispiel ärzteschaft warnt vor legalisierung von cannabis in der neuen presse hannover warum ein jugendpsychiater vor der cannabis freigabe warnt oder in der hase post klares nein zu cannabis legalisierung paracelsus chefarzt warnt vor verharmlosung und das ist nur ein ganz kleiner ausschnitt von dem was mir da so über den bildschirm gelaufen ist heute vor den news bei der recherche das ging also rauf und runter und das ist nicht zu unterschätzen was das im prinzip für eine wirkung entfaltet und neben den ärzten sind auch die bayern gegen die legalisierung ja da ging das jetzt genauso ab irgendwie diese woche auch für der ärzteblatt bayern lehnt legalisierung von cannabis ab münchner merkur auf gefährliche drogenvorhaben verzichten bayern gegen ampelpläne zur cannabis legalisierung oder berliner zeitung cannabis debatte bayern lehnt jede legalisierung des kiffens ab ob jetzt ganz bayern ja das ist bezweifelig wir haben sehr viele mitglieder in bayern und ortsgruppen aktive und so weiter ja es gibt auf jeden fall bayern die nicht dagegen sind aber ist natürlich dann eben von den von der regierung die rede da ist die rede vom gesundheitsminister in bayern der sich da geäußert hat oder zeitungen mit söder hübschem herrn söder im bild ja er ist auch gegen die legalisierung und interessant noch mal da zeige ich euch gleich einen ausschnitt und zwar dorothée bär dies für die csu staatssekretärin unter merkel auf bundesebene und zuständig für digitales und die hat bei einer so einer gala bombastisch tolle argumente gegen die legalisierung geliefert davon ganz keinen ausschnitt wenn man sieht dass es halt immer auch ein einstieg in härtere drogen ist und dass es dann vor allem aber auch ein einstieg ist in ganz andere straftatbestände dass es nie einfach mal nur ein bisschen kiffen bis einem so nett gesagt wird ja so so also pass auf cannabis konsum ist immer mit dem einstieg in härtere drogen verbunden und eigentlich auch immer der einstieg in andere straftatbestände und da muss die polizei auf jeden fall ran an jeden der irgendwie cannabis konsumiert wo wir gerade bei bayern sind ja diese woche gab es eine diskussionsrunde im bayerischen rundfunk die heißt jetzt red i oder so so ähnlich und auch da noch mal csu politiker diesmal inneres der herr herrmann der die bayerische polizei befehligt hat auch was zum thema zu sagen natürlich gibt es wesentlich gefährlichere drogen gar keine frage und ich gehöre jetzt nicht zu denen die sagen cannabis ist jetzt das hauptproblem nummer eins aber wir würden in der heutigen zeit einfach mit einer völligen freigabe ein völlig falsches zeichen setzen also ob das völlig unproblematisch ist ja ich möchte aber auch noch ein paar befürworter der legalisierung zeigen weil das einfach alte recken sind ja die ich hier noch mal featuren möchte wenn wir gerade schon mal bei dieser sendung sind ich fange mal an mit floh söllner ja der ist schon kenne ich auch schon ewig der ist schon lange lange irgendwie im spiel als legalized aktivist und der ist zum beispiel auch mal angeklagt worden wegen besitz von einem liter hanfsamen speiseöl da ist die stärke also ich meine es ist wie beim alkohol ich trinke doch mein schnaps auch nicht aus dem maskruck und wenn ich jetzt 20 starkes 20 prozent starkes cannabis habe dann konsumiert man davon weniger als von einem zehnprozentig ja schön groß floh söllner ja lange dabei hoffentlich auch bis zum ende bis die legalisierung da ist dann feiern wir eine runde und dann jemanden ihr sicher noch nicht so oft gesehen hat habt als gruppensprecher von uns und zwar aus regensburg andrea die bella heißt der mann und habe ich beeindruckt ja der hat super geredet keine es schön flüssig und sauber vorgetragen einmal hier sprecher ausgub regensburg andrea die bella wir hoffen natürlich dass die details auch stimmen dafür geht darum geht es uns es geht nicht um das ob sondern um das wie wir sehen gefahren auch bei cannabis die werden aktuell durch das betäubungsmittelrecht überhaupt nicht bewältigt so ist gar nicht so einfach diese ausschnitte zu finden ja wir dürfen jetzt nach dem upload filter urheberrechtsgesetz gedönst nur noch 15 sekunden genau irgendwie hier rein werfen alles andere wäre dann irgendwie nur potenziell urheberrechtsverletzung oder würden erstmal die algos von youtube verrückt werden und das video nicht online schicken deswegen müsst ihr verständnis dafür haben dass wir immer so ganz kurze schnipsel sind dass man nebenbei bemerkt bevor wir jetzt zum nächsten kommen nämlich martin hagen von der fdp der auch in der sendung war als gegenpaar zu hermann von der csu und das ist auch einer der schon ganz lange dabei ist und auch verdienstvoll dabei ist nämlich ein vorkämpfer innerhalb der fdp für die legalisierung von cannabis die fdp ist ja noch gar nicht so lange im legalis boot war die letzte partei die dazu gekommen ist nach grünen und linken und martin hagen ist einer von denen die davor kämpfer waren und den bayerischen landesverband früh sozusagen dahin gebracht hat so einen beschluss pro legalisierung zu fällen sicher natürlich auch nicht der einzige da gibt noch andere gute fdp da die da vorwärts gegangen sind martin hagen ist einer davon und da ist er das ist immer der einzelne der einen problematisches konsumverhalten aufweist der eben dann hilfe braucht hilfe aber nicht den staatsanwalt also ich glaube wir sollten suchtkranke wirklich nicht mit dem strafrecht begegnen sondern sucht kranken hilfe anbieten so wisst ihr noch bei welchem thema ich hier gerade bin ja wahrscheinlich seid jetzt vollkommen verwirrt aber genau es geht um die widerstände gegen die legalisierung und das noch lange nicht klar ist ob die ampelkoalition jetzt legalisiert oder erst mal das ganze auf die lange bank schiebt mit modellprojekten es wird immer noch heiß diskutiert also was schließen wir daraus richtig sonntag 16 20 twitter legalisierung jetzt hashtag trenden lassen bis montag 16 20 und wenn ihr kein twitterkonto habt ja da denken jetzt wahrscheinlich viele ich habe kein twitterkonto ja macht halt twitterkonto ja das ist kein hexenwerk das ist ganz einfach ihr habt da so ein smartphone da gibt da twitter ein und dann paar daten eingeben dann sei da rucki zucki da drin und dann geht das los erst am sonntag nicht sofort erst sonntag ab 16 20 hashtag legalisierung jetzt und dann sagt er da mal eure meinung zur cannabis politik wenn ich ganz neu da drin sein und ich wisse machen sollt ja dann können ja mal irgendwie über handverband suchen und folgen und georg wurth gibt es da auch richter müller und so dann guckt da mal ein bisschen rum findet da schon ein paar andere multiplikatoren und dann können da schön einsteigen auch mal antworten auf jemand anders zack und dann trendet cannabis und alle merken dass insbesondere politiker ja die ja viel auf twitter gucken und dann am montag in der verhandlung sitzen und denken schon wieder am trennen hier jetzt müssen wir mal legalisieren so genau noch ein beispiel warum das nötig ist das jetzt zu tun ist eine äußerung von fdp generalsekretär wissing der hat nämlich sich geäußert zum thema legalisierung jetzt mitten während der verhandlungen und hat gesagt man muss das vorsichtig angehen mit der legalisierung er sei jurist deswegen wisse er das ja dass man da vorsichtig vorgehen muss warum er das sagt was er damit meint ist allerdings unklar geblieben also wenn so ein politiker in der situation während der verhandlung so was sagt meint er wahrscheinlich irgendwas damit und es könnte sein eben dass er da ist sowieso nicht der große legalisierer innerhalb der spd der herr wissing früher war man auch komplett dagegen was will er sagen entweder will er vielleicht der spd entgegenkommen und sagt ja vorsichtig angehen lieber erst mal modellprojekte lieber erst mal checken welche rahmenbedingungen die besten sind oder vielleicht meint er auch dass cannabis in apotheken verkauft werden sollte auch ein punkt der da noch diskutiert wird während der verhandlungen und jetzt mache ich mal ein neues thema auf hier meinen überschriften und kapiteln cannabis in apotheken das ist auch ein thema was rum ging noch mal ein paar überschriften dazu einmal die waz cannabis freigabe werden deutsche apotheken zu coffee shops oder eine umfrage in der deutschen apotheker zeitung cannabis zu genuss säcken aus der apotheke was halten sie davon natürlich eine umfrage mit sie sind die apotheker gemeint sind apotheker zeitung ich habe da heimlich mal mitgemacht als nicht apotheker ja aber die erstaunlich viele haben da eben auch geantwortet dass sie auch cannabis in apotheken verkaufen würden zumindest ein drittel der apotheker war volles rohr dafür ein paar waren so unentschieden so ein bisschen noch ein drittel also ist nicht so wie man denken würde die apotheker von vornherein sagen ja was sollen wir da jetzt irgendwie das kiffzeug verkaufen ja ist ja auch zusätzlicher umsatz wirtschaftlich gesehen natürlich auch irgendwie logisch statt denen irgendwie da der zahntropf danach trotzdem ja ist die frage was soll man jetzt davon halten ich halte nichts davon aber trotzdem sage ich erst mal die pro argumente wie leute überhaupt irgendwie versuchen dazu argumentieren dass das gut ist einerseits geprüfte qualität die verkaufen ja jetzt schon keiner bis jede menge tonnenweise irgendwie an die patienten die es als medizin verschrieben kriegen qualität ist gesichert und so was so fdp-politiker sagen dann auch ja die beratung ist auch wichtig wer könnte kompetenter beraten als apotheker die sind ja dafür da über substanzen zu beraten und dann gibt es auch noch argumente die aus der szene kommen ja so auch hier handfreunde die liege leiser und so die auch sagen ja erstmal apotheken ist vielleicht gar nicht schlecht und zwar einerseits habe ich jetzt gelesen strukturschwache gebiete könnte sein dass da kein cannabis fachgeschäft lohnt irgendwo auf dem platten land aber eine apotheke ist immer noch irgendwo deswegen wären apotheken da nicht schlecht und es ermöglicht eine schnelle einführung des verkaufs kommt auch so von handfreunden die sagen ja das soll jetzt nicht ewig dauern ich will möglichst schnell irgendwie das zeug einkaufen können warum dann nicht erst mal in apotheken kann man nachher immer noch auf machen ja wenn man das dann noch kann mit womit ich dann jetzt eben schon beim gegenteil bin ja also die infrastruktur steht ist eben dieses argument ist ja schon alles schon da die ganzen leben sind da die apotheken muss man nicht erst aufmachen aber dann da wieder wegzukommen von wegen kann man ja immer noch dann später ausweiten auf andere shops wenn die apotheken hat einmal einer kralle haben also unter unter ihrem fitichen haben da die ganzen umsatz ja dann werden die den nicht so schnell wieder loslassen aber es ist auch gar nicht die aufgabe von apotheken ja das ist eigentlich so von der systematik her was ist denn eine apotheke die verkauften medizin heilmittel für leute die krank sind und eine heilung brauchen die über linderung wenigstens ihrer symptome da kommen lauter kranke ja die husten haben was bei sich stehen apotheken und wollen medizin haben und da wollten wollt ihr euch dann alle einreihen dazwischen irgendwie hasch kaufen und gras kaufen irgendwie und dann beraten wollen euch lassen ja wo auch im fdp leute zum beispiel sagen zum teil da ist ja eine gute beratung aber das ist doch nicht die beratung die man als cannabis konsument haben will das ist die beratung die man als kranker haben will der medizin kauft ja also wie ich erwarte doch als cannabis konsument von dem der mir das verkauft wenn nämlich über die sorten die ja da die 40 sorten hinter ihm stehen beraten soll dann die alle schon probiert hat ja da man den fragen kann ja wie wirkt denn das ja der weiß dann gar nichts darüber ja das ist doch das ist nicht die beratung wieder gefragt ist und hat eben natürlich auch wirtschaftlich gesehen so ein punkt ist es sollte gerechte möglichkeiten zur markt teilnahme geben für verschiedene akteure ja eben auch für leute die lust haben so einen shop aufzumachen geschäft aufzumachen inwieweit man die vielleicht vor bildet damit die eben auch vernünftig beraten können ist ja noch mal eine andere frage ja vielleicht müssen die irgendwie kurs machen oder so so was in der a steht auch im grünen cannabis kontrollgesetz aber deswegen jetzt zu sagen okay das machen jetzt alles die apotheken finde ich auch von dem her schwierig zumal wenn es dann darum geht die infrastruktur steht da geht es ja nicht nur um die läden sondern auch um die versorgung kommt das zeug denn her ja und klar gibt es auch jetzt schon markt für cannabis als medizin aber das ist ja recht teuer ist viel teurer als irgendwie das wie man anbauen würde für cannabis als genussmittel ja da muss man ja nicht im reinraum produzieren irgendwie und vollkommene sterilität garantieren wie bei so einem medizinprodukt und entsprechend sind natürlich die anbaupreise auch unterschiedlich und auch deswegen will das eigentlich kein konsument haben außer apotheke wenn eigentlich klar ist das ist logischerweise teurer dann und import von genuss cannabis wird wahrscheinlich auch wegen internationaler rechtsprobleme auch erstmal gar nicht möglich sein ja so anbau im eigenen land muss wahrscheinlich stattfinden bis diese internationale transportfrage irgendwie geklärt ist aber was der killer ist für cannabis in apotheken sind die kinder ja die immer von den anderen von den gegnern vorgeführt werden von wegen legalisierung nein nein aber die kinder und so wir müssen wenn überhaupt legalisieren eine bombastisch sichere möglichkeit haben mit jugendschutz ja und tatsächlich bietet ja auch legalisierung möglichkeiten für den jugendschutz zum beispiel eben das sind fachgeschäfte jugendliche und kinder überhaupt gar nicht erst reinkommen und wenn es eine überschaubare anzahl von leden ist da kann man auch kontrollieren wenn das nicht an jeder ecke verkauft wird funktioniert super in den usa ja da lassen die einfach keine kinder und jugendlichen rein punkt aus fertig lassen sie am eingang den ausweis zeigen ja selbst wenn man da als opfer ankommt da muss man checken dass man nicht zu jung ist das funktioniert so aber in apotheken da kommen doch sowieso kinder und jugendliche rein ja will man jetzt ausschließen oder was wie stellen sich die apotheker denn vor und dann stehen die kinder da wollen husten bonbons kaufen und müssen sich die ganze zeit andauernd jedes mal wenn die apotheke reingehen irgendwelche komischen gespräche anhören welches gras jetzt wie ballert und ob das irgendwie eher die leute auf dem sofa klatscht oder ob die dann irgendwie irgendwelche visionen haben oder so ein bisschen überspitzt natürlich ja aber das ist doch kein setting das ist ja kein jugendschutz dann also ich denke damit ist die sache eigentlich erledigt ja wenn man sich das mal überlegt so ja also vermutlich wird auch das teil der koalitionsverhandlungen sein ob man hat nicht irgendwie in apotheken machen will ich finde es bescheuert ja wenn ihr das anders seht ja ich habe ja schon gesagt gibt auch ein paar leute in der szene die das gut fänden ja schreibt gerne hier rein ja kritisiert mich dafür dass ich das hier so klar raushau aber wenn ihr das so seht wie ich dann schreibt eure meinung auf twitter von sonntag 16.20 bis montag 16.20 und schreibt dazu den hashtag legalisierung jetzt kennst du das auch du bekommst immer wieder schlechtes gras gar kein gras oder sogar gestrecktes bei einer legalisierung könntest du jetzt in ein schönes geschäft gehen dich beraten lassen und dir eine sorte aussuchen oder gleich im garten selbst anbauen quasi bio du hast den schwarzmarkt und die probleme satt und willst endlich legales gras wir kämpfen dafür und brauchen dich hilf jetzt mit deiner spende oder mitgliedschaft und mach mit uns legalisierung möglich für nur fünf euro pro monat schluss mit krimi cannabis normal einfach online anmelden unter www.handverband.de unterstützen link in der infobox noch einmal zu den umfragen der letzten zeit da war ja einiges an verwirrung da das fing ja schon an als ich letzte woche unsere umfrage vorgestellt habe die wir jedes jahr machen per infratest die map und feiern konnten dass wir zum ersten mal eine mehrheit haben eine relative mehrheit von 49 zu 46 prozent für die legalisierung und dann kamen gleich wieder die kommentare aber wir haben gerade gesehen zdf politbarometer hat sogar eine absolute mehrheit gucke ich mir das an oder ist sie wieder die große verwirrung zwischen den begriffen legalisierung und entkriminalisierung denn legalisierung bedeutet der handel wird mit reguliert legalisierung heißt ich habe irgendwie eine art legalen zugang in den fachgeschäfte oder eben apotheken ja oder was auch immer ja das ist legalisierung und entkriminalisierung bezieht sich üblicherweise nur auf die konsumenten ohne den handel ja man sagt einfach okay dann ist der strahl der besitz kleiner mengen nicht mehr strafbar aber der handel ist genau vorher genauso wie nachher wie vorher in illegalen händen und schwarzmarkt das ist entkriminalisierung ja und das geht ständig bild durcheinander auch politiker bringen das andauernd irgendwie durcheinander und die zdf-umfrage politbarometer war eine frage nach entkriminalisierung nämlich der besitz und konsum kleiner mengen zum eigenverbrauch soll legalisiert werden legalisiert werden ja naja die vorstellung dieser ergebnisse zeige ich euch hier mal kurz im gespräch ist auch den besitz und verbrauch kleiner mengen cannabis zu legalisieren das findet eine mehrheit von 53 prozent richtig 40 prozent finden es falsch ja und dass es für die entkriminalisierung von cannabis eine mehrheit gibt ist schon seit jahren klar das haben auch unsere umfragen ergeben haben wir auch schon ein paar mal nachgefragt 2017 und 18 eben ob kleine mengen noch strafrechtlich verfolgt werden sollen oder nicht und wir waren zuletzt bei 59 prozent 2018 die gesagt haben ja also die konsumenten kriminalisieren wollen wir nicht mehr keine strafbarkeit mehr von keinen besitzmengen klare sache also so ist das nämlich ja und zdf wie gesagt klare klare sache von entkriminalisierung geschichte der kampfruf der cannabis befürworter liege leiset könnte also mit der ampel wirklichkeit werden warum man ich gibt es echt auf es überhaupt gar nichts klar ja jetzt kommen die auch wieder an mit wir haben gewonnen wenn ich gebe nicht auf gibt natürlich niemals auf ja sonntag 16 20 twitter montag demo vorm willi bandhaus und wir rocken die ganze nummer neben diesem termin demo termin jetzt noch die ortsgruppen termine dann habt ihr hinter euch unser ort unsere ortsgruppe mit den riesen in chimgau macht einen infostand am samstag 6 november mit den riesen kennen dann auch vom letzten mal sonntag 7 november trifft sich die ortsgruppe in oldenburg zum orga treffen organisieren die irgendwas braunschweig 9 november trifft sich die ortsgruppe ohne orga in oldenburg haben wir ein treffen der ortsgruppe dann wieder am dienstag 9 november das sind die mit dem wahnsinnig engen takt in koblenz ein infostand samstag 13 oldenburg ein online hanf schnack sonntag 14 regensburg da könnt ihr den coolen sprecher kennenlernen den aus dem fernsehen kennt ja andrea die bella vielleicht jetzt die gelegenheit da mal hinzugehen berühmte leute kennenlernen sonntag 14 november in regensburg dienstag 16 die ortsgruppe rhein-neckar in heidelberg das war's für heute ja wer weiß was ich nächste woche hier verkünden kann ich bin total gespannt ja vielleicht auch gar nichts weil die weiterhin geheimhaltung bewahren bis am ende alles auseinander bricht oder die zusammenkommen vielleicht weiß ich aber dann auch was und mit dieser wahnsinnigen spannungskurve und diesem cliffhanger verabschiede ich mich nachdem ich gesagt habe dass ihr natürlich den kanal abonnieren sollte die glocke bimmeln sollt und dieses video liken sollt und damit wünsche ich euch noch einen schönen tag und einen berufsamen abend bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.